Hier aufschließen, Leute. Gehen wir da hoch. Ist irgendwie merkwürdig, das ganze Laufverhalten und so von dem Spiel. Hatte ich besser in Erinnerung. Drücke E, um das Gebiet aufzuklären. Aufklärungsbericht freischalten, X. Aha. Jetzt bringe ich euch komplett aus der... Ach, nee, scheiße. Zack. 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 Mit den eigenen Waffen geschlagen. Ja, ich konnte die doch irgendwie positionieren. Das ist doch Code. Das läuft gerade auch nicht so ganz sauber. Muss ich ganz ehrlich sagen hier. Ich sehe unten selber, ich habe nur 23 FPS. Oh, hat er mich genau in dem Moment angeschossen. Hö. Da stand doch Tab-Taste kann ich... Mit der Tab-Taste kann ich durch die Teams switchen. Jetzt habe ich hier ein... Die Konsole. Oh nein, muss ich wieder nachladen. Komm her, zeig mir deine Fresse. Wo ist da einer? Ach, Jungs, ey. Echt mal da oben. Wow. Schädel kaputt geschossen. Auch im Arsch. Na komm, zeig dich. Ey, ich will aufstehen. Oh nein, was mache ich denn da? So, er hat geblutet. Hier sollte ich was Schnelleres nehmen im Haus. Oh. Es wird geladen. Oh. Tja. Was soll ich dazu sagen? Kaputt gemacht. Kuh drücken. Kuh drücken. E drücken. Auf E ist nachladen. Hier einfach mal weiter, Jungs. Ich sehe nichts. Nochmal nachladen. Die dicke Bärta. Ich habe keine Deckung. Du bist so dumm, Junge. Schneller nachladen. Schneller nachladen. Schneller. Wie die Lämminge. Oh, ich wollte es gar nicht mehr nachladen. Weil ich es eh nicht gebrauchen konnte. Ey, rüber. Nachkommen. Das ist die einzige Taste, die ich gerade weiß. Es wird geladen. Baker! Matt! Ich wusste, dass ihr hier aufklären solltet, aber dass ihr in unserer Landezone auf uns warten würdet, hätte ich nicht gedacht. Sir, einige dieser Männer haben... Baker! Ja, ich weiß noch. Mein Namensgedächtnis ist nicht sehr gut, aber Ian habe ich nach dem D-Day oft gehört. Vielleicht könnt ihr mir ja einen Gefallen tun. Die Division hat einen ganzen Haufen Lastensegler nach Süden geschickt. Ich habe schon einen Euro-Tief-Verfunk hierhin beordnet. Auch in Holland sollte man verdammt nochmal Platz machen, wenn einer hupt. Tut mir leid, Sir. Wir sind jederzeit abmarschbereit, Sergeant. Wie zuverlässig sind unsere Aufklärungsberichte. Wissen wir, ob die Deutschen die Gleiter angreifen werden? Wäre eine ziemlich dumme Idee. Können wir nicht sagen. Deswegen heißt es ja Aufklärung. Oh ja, ich bin mir der Folgen durchaus bewusst. Wir gehen zuerst rauf und schützen so die oberen Chargen. Verstehe. Das Evangelium nach Holden. Konzentriert euch und haltet die Augen auf. Den Schädel. Na komm schon, Schädel, Junge. Ah, ich muss schon wieder nachladen. Ah. Ich muss schon wieder nachladen. Okay. MG-Team ausgewählt. Und jetzt muss ich es doch dahin schicken können. Ah. Was drücke ich denn dafür, um die zu schicken? Hätte ich mir mal doch das Tutorial angeguckt. Hier erstmal sammeln. Bom, komm her. Komm her. Komm her. Mann, 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 Mann. Mit dieser Instant-Waffe ist es natürlich ein leichtes hier. Irgendwo... Achso, die kommen da gerade. In den Schädel aus der Entfernung. Los, Einschuss hab ich noch. Toll, hier komm ich nicht rum. Jetzt muss ich nachladen. Ich seh nichts auf die Entfernung. Ich muss sagen, wo sie hingehen sollen. Hm. Dann halt nicht. Ihr Arschlöcher. Oh Gott, schon tot. Oh mein Gott. So viel dazu. Losstürmen ist nicht. Lass dir das gesagt sein, Vendetta. Okay, das machen wir alle. Nachladen. Kann ich nicht durchschießen? Hm. Ich weiß, das ist mal wieder dumm, was ich hier mache. Okay, der ist auch im Arsch. Oh, hier, die Waffe, die hier in der Mitte liegt. Das ist ja assi. So, äh, aufstehen wir hier. Ich will die, wie hieß die, K-98k? K-98k. Yeah, die ist geil. Also, ne, in anderen Spielen ist das immer so eine One-Hit-Wonder-Waffe.